Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute machen wir das Umstyling von den Teenagern, die wir in der Lucky Legacy in unserer Lerngruppe haben und potenziell in der Highschool treffen können. Ich würde sagen, wir starten dann aber auch jetzt direkt rein. Ich freue mich so sehr, ich hatte sehr viel Spaß beim Umstylen der Teenager. Ich habe nicht nur die, die in der Lerngruppe sind umgestylt, sondern wenn in dem Haushalt noch andere Sims waren, die Teenager waren, habe ich die auch noch mit umgestylt, weil ich dachte so, die können ja theoretisch schon auch in der Highschool spawnen, sodass wir halt dann möglichst viele Leute halt umgestylt haben, ja, mit denen wir dann halt zu tun haben, dass es halt dann auch gut aussieht, dass die nicht alle ein bisschen wilder sehen. Und ich habe versucht, dass die möglichst alle so ein bisschen anders sind und ich finde, die sind alle richtig cool geworden. Also vom Stil habe ich die alle so, wie gesagt, anders gemacht, weil ich brauche das. Ich finde das halt realistisch, dass jeder anders ist so, ne. Klar, halt teilweise auch so ein bisschen, vielleicht ein bisschen Klischees abgearbeitet oder so, aber ja, ich finde, das gehört halt irgendwie auch dazu. Genau. Und nächste Woche, Mittwoch, wird dann vermutlich das Video kommen. Warum habe ich so eine lange Pause gemacht? Hilfe. Das Video kommt, wo ich dann das Zimmer umstyle von den beiden süßen Zwillingen. Ja, das wird dann vermutlich so ein Live-Bild sein. Also, dass wir kein Speed-Bild drauf machen, sondern dass ich das halt einfach als Video aufnehme, wie ich das baue und dann halt währenddessen halt dann quatsche. Also, damit wir hier ein bisschen Unterschiede haben, ja. Außerdem habe ich das, glaube ich, kaum bisher gemacht und ich finde das eigentlich richtig cool. Also, ich schaue das selber gerne, den Prozess, wo Leute dann halt sagen, ja, also das finde ich cool und hier, aber es funktioniert dann doch nicht. Und ja, das ist sehr, sehr schön. Genau. Und zum Beispiel diesen Sim, den wir hier gerade sehen, den habe ich ja dann auch in dem Haushalt noch gefunden. Und ich finde, die ist halt richtig wild und deswegen habe ich ihr auch einfach das gegeben, was sie halt so zeigt. I don't know. Ich finde das irgendwie sehr passend. Ich meine, die Frisur ist ja jetzt nicht ganz klassisch, sage ich mal. Deswegen dachte ich, okay, ich mache da jetzt ein bisschen was Wildes draus. Aber ich finde, sie ist richtig cool geworden. Also, wenn sie in unserer Highschool spawnen sollte, werde ich mich auf jeden Fall versuchen, mit ihr anzufreunden, weil sie ist wild. Auf jeden Fall. Genau. Also, falls ich ein bisschen durch bin, Leute, wundert euch einfach nicht, weil, ja, also ich habe gestern meine erste Abflussklausur geschrieben. Jetzt sind noch drei. Also, ich schreibe die am Donnerstag, dann nächste Woche Montag und nächste Woche Mittwoch. Dann bin ich durch. Dann habe ich halt sehr viel frei. Beziehungsweise danach habe ich dann erst mal Urlaub. Dann bin ich gar nicht zu Hause. Aber dann habe ich auf jeden Fall sehr viel frei erst mal. Monate lang. Legit. Was sehr, sehr cool ist, weil dann kann ich mich hier rum kümmern. Und, ja, aber ich habe, ja, also jetzt gerade bin ich noch ein bisschen durch mit meinem Leben, weil es überfordert mich alles noch ein bisschen. Also, eigentlich bin ich gar nicht so der Mensch, der sich so von Klausuren oder so stressen lässt, aber das ist jetzt schon nochmal eine andere Situation, sage ich. Und, ähm, das ist schon ein bisschen komisch. Ich denke, dass das einige nachvollziehen können. Deswegen, ja, hoffe ich, dass das einfach schnell vorbei geht alles, weil ich habe keine Lust. Ja, aber das Schlimmste ist zumindest schon weg. Wir haben Erziehungswissenschaften schon geschrieben. Das anstrengendste Fach, würde ich behaupten, von den vier, die ich habe. Und, ja, ich habe aber schon auch mir überlegt. Also, das, ja doch, ich kann es eigentlich schon sagen. Ich, ähm, werde mir vermutlich einen neuen PC holen. Es ist jetzt noch nicht 100% sicher, aber so 99% sind es schon. Ähm, ja, weil dieser hier ist jetzt ja ziemlich genau sechs Jahre alt, was jetzt natürlich in Ordnung geht. Also, es ist jetzt nichts, wo man sagen muss, hu, das geht ja gar nicht. Aber, ja, ähm, ich würde gerne einen neuen PC haben wollen. Und ich habe dann gesagt, okay, ich mache das jetzt nicht in dieser Klausurphase oder so. Weil die Idee kam mir halt spontan so. Ich so, also eigentlich war das jetzt schon cool. Und dann ich so, vielleicht, dass ich eine Nacht über schlafe. Und dann habe ich überlegt. Und, ja, meine Überlegung war dann, dass ich das dann erst mache, wenn ich meine Notenvergabe habe. Das heißt dann auch erst nach dem Urlaub. Da habe ich, also genau, wir sind im Urlaub, dann kriegen wir unsere Noten. An dem Mittwoch oder so. Oh, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Und dann werde ich vermutlich mir einen neuen PC kaufen. Was, ähm, euch auch zu Gunste kommt. Denn A, läuft das Spiel vermutlich sogar nach meinem Stück besser. Vermutlich. Hoffentlich. Weil bessere Specs und so. Und B, ähm, haben wir dann bessere Qualität auch in den Videos. Weil, äh, gerade wenn ich Let's Plays aufnehme und so, ist es so, dass ich das so mache, dass, ähm, dass ich ja das alles in einem aufnehme. Also Cam und Spiel. Und dann möchte ich das machen, dass ich das getrennt aufnehme. Weil, wenn ich dann die Cam einfüge, dann hat die eine bessere Qualität. Und wenn ich dann reinzoome quasi, dann ist es ja auch diese Qualität, die ihr jetzt quasi habt. Ähm, die ist halt einfach schöner, wenn man das halt im Großbild aufnimmt. Und nicht, wenn das dann so klein ist und man dann reinzoomt, dann logischerweise ist es dann eine schlechtere Qualität. Aber ich finde das halt einfach so cooler, wie es ist. Und genau. Ähm, ja, wir wissen noch nicht so genau, was. Also, ähm, ich habe mir gedacht, dass das halt eine gute Idee wäre. Weil das allen zu Gunsten kommt. Vor allem, weil das dann auch schneller, ähm, wie heißt das? Das, äh, das Render-Prozess wird vermutlich auch deutlich schneller laufen. Weil jetzt gerade dauert es schon gut zwei Stunden teilweise. Gerade bei einer Lucky Legacy, die ja schon auch ein Let's Play ist, wo ich dann wirklich lange aufnehme, etc., etc. Es ist halt genau das, ne? Aber, ähm, ja. Es wäre schön, wenn das halt dann schneller gehen würde. Weil, we love some Schnelligkeiten. Also, weil ich bin ja dieser Mensch, der immer an dem Tag aufnimmt oft, wo das Video auch online kommt. Was ein absolut schlechter Habit ist. Ähm, aber vielleicht, wenn ich dann frei habe, kriege ich das ein bisschen besser geregelt. Ähm, aber, ja. Ich hoffe, dass mir das dann auch helfen wird, wenn es dann doch mal spontaner wird. Weil, ähm, jetzt gerade ist es halt so, dass es dann so ein bisschen schwierig ist, mich zu entscheiden. Ähm, also nicht zu entscheiden, sondern dass es halt dann schon teilweise ein bisschen knapp wird. Dass ich dann um 16.30 Uhr oder so, ist das Video so gerade so hochgeladen. Und ich so, okay, 30 Minuten, Hilfe. So, und ich habe dann den ganzen Tag nur mich darum gekümmert. Und das ist dann halt so, I don't know. Genau, wenn das dann halt schneller gehen würde. Vor allem wird der PC vermutlich dann auch so stark sein, dass ich nebenbei auch was machen kann. Weil jetzt gerade ist es so, wenn mein Renderprozess läuft, dann kann ich gar nichts tun. Nichts. Null nada. Also, ich kann Videos gucken. Aber das war es dann halt auch schon wieder. Also, manchmal würde ich gerne nebenbei spielen. Kann ich nicht. Das ist ein bisschen blöd. Würde ich mir wünschen. Ähm, das könnte ich dann vermutlich machen. Was sehr, sehr cool wäre. Ja. Es ist alles ganz wild gewesen. Aber das hier, was wir gerade vor uns haben, ist auch ganz wild. Weißt du, das ist eine Teenagerin und die ist schwanger. Und ich so, Entschuldigung, warum ist das hier so? Immer meine Teenager werden immer ganz viel schwanger. Ich weiß nicht. Irgendwas läuft mit denen in meiner Welt immer falsch. Aber ich habe, wie ihr vielleicht auch gesehen habt, den ein oder anderen Sim, ähm, die gespawnt sind mit Körperhaaren, dass ich die dagelassen habe. Weil ich finde es halt blöd, wenn man die dann entfernt. Weil es ist halt schon realistisch, dass manche Leute halt mehr Behaarung haben als andere und so. Und ich dachte so, dann können wir das ja auch einfach mal lassen. Ähm, auch wenn man, auch wenn viele das halt als weniger ästhetisch ansehen oder so. Aber ich dachte so, es ist halt realistisch, dass manche sich halt einfach nicht rasieren. Ähm, ja, deswegen habe ich das halt dann so, mich so entschieden. Ich hoffe, dass das okay für euch ist. Aber ich denke schon. Also eigentlich sind wir ja hier ziemlich offen. Würde ich behaupten. Also eigentlich ja schon, ne? Wir sind ja hier alle so, ne? Ach ja. Ich freue mich auf jeden Fall. Wie gesagt, auf alles, was jetzt in naher Zukunft kommt. Es wird alles ganz wild, Leute. Ganz, ganz wild. Ich hoffe, dass ihr euch dann auch freut, wenn es dann wirklich zu der besseren Qualität kommt. Weil, das wird so sick, Leute. So sick. Ich, ja. Wie gesagt, ich habe mich zu 99% entschieden. Also diese 1% werden wahrscheinlich nicht eintreffen. Wenn doch, dann, wow. Applaus auf jeden Fall an mich selber. Aber ja, das wird schon wahrscheinlich sein. Und dann werden wir hier coole Sachen machen können. Weil ich dann halt einfach, ja, mehr Möglichkeiten habe, sage ich mal, ne? Ja, wie gesagt, ihr profitiert da ja dann von auch. Also, aber es ist nicht nur hauptsächlich, dass ich den kaufe wegen euch. Weil, I don't know what I will, weil es dann auch ein bisschen teuer, weil ich verdiene ja hiermit nichts. Deswegen wäre es ein bisschen dumm, wenn ich dann jetzt sagen würde, ha, wir, ich kaufe mir jetzt hier so einen teuren PC für meinen YouTube-Channel, mit dem ich kein Geld verdiene. Das wäre schon ein bisschen lost. Aber das war dann tatsächlich jetzt auch schon das Video. Ich hoffe, wie gesagt, euch gefallen die Teenager. Ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr irgendwie bestimmte Sims habt, mit denen wir besonders viel zu tun haben sollten, eventuell. Also, ich meine, viel von denen sind ja sowieso in unserer Lerngruppe. Aber ansonsten, wenn wir denen mal begegnen, vielleicht können wir die anderen ja auch mal frienden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss. Tschüss. Tschüss.